Hans-Peter Bernhard ist vom Fanclub von Fritz Dopfer und hat geschrieben, es geht heute nur um den Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wette, dass Hans-Peter Bernhard die Ergebnisse aller alpinen Ski-Wettbewerbe der Olympischen Spiele in Sarajevo bis zum 30. Platz kennt. Wie bitte? Der Spezial-Slalom. Der Damen. Das ist eine gute Frage. Ja, Damen. Die Herren fahren erstmal. Das war Chinesin. Xiu-Fai-Yin. Und jetzt noch die Zeit. In 2006-04. Richtig. Es ist Frankfurt eine Halle für Herrn Bernhard. Wir sehen heute also unsere Sendung. Direkt aus Kirchberg am Wechsel in Österreich unsere Kandidatin Dr. Gertraud Steiner und Ihr Mitspieler aus München Hans-Peter Bernhard. Bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Vielen Dank.